Der Muslim, der wahre Muslim, der praktizierende Muslim, in dieser Zeit, in der wir leben, die Zeit der Social Media, der Muslim verhält sich anders, entfernt sich von diesen Dummheiten, die überall in den Social Medien zu finden sind. Social Media ist größtenteils mit Dummheiten gefüllt, mit Zeitverschwendung gefüllt, mit Dingen, die belanglos sind und sinnlos sind. Der wahre Muslim verabscheut dies. Der wahre Muslim liebt die hohen Dinge, die ernsthaftigen Dinge. Er liebt es, den Islam weiterzubringen. Er liebt es, den Koran zu verteilen. Er liebt es, die Sonne des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu verbreiten. Er möchte den Islam verbreitet sehen und nicht die Dummheiten. Das ist der wahre Muslim.